Das 64-einhalber Hardtop-Coupé V8, Billwood-Scheibenbremsanlage, neue Lenkung, neue Spurstangen, Umlenkhebel und so weiter. Komplett neue Achse, alles neu gebuxt, neuer Motor mit neuen Riebenscheiben, Kraftstoffpumpe, Wasserpumpe und so weiter. Edelbrock, Ansaugspinne mit Vierfachvergaser, neuer Alukühler, neuer Ventilator und weitere neue Teile am Motor. Hier noch die originalen 64-einhalber Hupen, ein Viergang-Schaltgetriebe, neues H-Rohr, hervorragendes Blech. Hier ist noch alles unbehandelt, ungeschweißt, Kardan bereits überholt, Bremse überholt, hinten neue Radbremszylinder und so weiter. Auch hinten Überhänge, sehr, sehr gut. Radläufe, innen, außen, alles noch sehr, sehr gut erhalten, erforderende Basis.